Her und Willkommen zu einer Runde Ultimate Chicken Horse mit dem Cars Crafter. Wir werden in dem Part viel Spaß. So, 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 so. Soll ich mit aufnehmen, dem eine Sicht schicken? Dauert nur drei Tage. Kann sehen, wir sehen alles gleichzeitig. Verdammt. Komm hier hoch Windmühle, 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 Windmühle. Wir müssen jetzt ganz viel spielen. Gerade ist nämlich gut gelaunt Phase. Ne, was? Warum? Hast du wieder... Ja, da kommt man ja gut dran, Alter. Keine Ahnung mehr. Ne, extra Box. Neu. Boah, das ist ja neu, Alter. Was ist denn das für ein Ding? Extra Box! Extra Box! Ob das so gut war? Ha! Ja! Oh! Hey, du! Ja, okay, ich hab's glaube ich auch. Habe ich's auch? Habe ich's auch? Oh, Level Deck. Cool. Wie viel Cars Crafters? Mein Spiel. Oh, voll die neuen Sachen. Das Ding ist auch neu. Krass. Boah, haben wir da lange nicht mehr gespielt. Ich hab echt keine Ahnung mehr, was man die macht. Extra Box. Bestimmen wir, was wir zu zweit noch sind. Ja, macht Sinn. Ja, so ist gut. Ja, weiter oben. Ja, so ist gut. Nein. Oh, okay. Alles gut. Ah, der ist runtergefallen. Ich muss das auch, glaube ich, nochmal üben. Ha! Wait, wie komm ich denn da hoch? Ja, noch nicht. Wir müssen mehr bauen. Ich glaube, wir hätten ein Leveln mehr zur Seite ist, als da oben. Also können wir jetzt wirklich nicht spielen, bis wir da hoch sind? Ja, genau. Oh! Oh, jetzt kann ich nicht. Oh, warte. Dann den Schieß hin, was? Oh. Was macht dein Ding? Warte nicht. Oh, Leute! Ah! Guck mal, das wirft er. Ah, Papier. Die habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich frage mich, wie ich da vorbeigekommen bin. Ja, ich auch nicht. Verdammt. Oh, warte. Was macht der? Oh, oh. Wenn man da so hektisch spielt. Oh, der sah gut aus. Ich glaube, das bringt gar nicht, was wir gebaut haben. Oh, egal. Alles cool. Hast du die Münze? Ach, Mann. Ne, du? Oh! 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 Oh, guck mal, hier oben ist ein Ding. Ja, da will ich doch hoch. Ach, lol. Ehrlich? Ne. Ey, du! Geh weg. Nein! Oh, oh. Ich weiß schon, was du vorst. Nein! Oh! Sehr gut. Er hat so viele Möglichkeiten. Geht jetzt nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Oh, oh. Wie komme ich jetzt wieder rüber? Also... Masern! Wie ich das einfach nicht mehr drauf hab! Sind schon wieder gestorben? Nein, das ist jetzt Quatsch! Hol man das Ding oben rechts! Komm, schaffste! Oh, nicht schlecht! Nicht schlecht! Wow! Wow! Hä? Hat das gezählt? Hatte ich jetzt gewonnen? Jawoll! Krass! Also nicht jawoll, scheiße natürlich! Meine Mütze! Na! Wie ich einfach nix... Wie ich direkt wieder unten bin! Komm, 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 dreh, dreh! Ja, guck mal, hast du doch nur eifach gemacht! Ah! Kannste Mütze holen? Nein, ich glaub nicht! Die Abrissbirne! Doch, kannst du wohl! Oh! Oh mein Gott, hat das gezählt? Das hat gezählt! Was war das denn für'n Mom? Autopsie! Oder was stand da? Autopsie! Er wurde einfach zum Zieh geschleudert! Ah, du hast den gleich bekommen, ne? Ich bin einfach zu hektisch! Das ist das Problem bei mir! Deswegen ruhig bleiben! Durch die Hose atmen! Alles in Ordnung! Oh, was hast du denn denn da für ein krasses Ding an der Seite gebaut? Das hab ich gar nicht gesehen! Oh nein! Das warst du doch! Einmal kurz nicht aufgepasst! Oh, toll! Sie fahren ins Ziel! Nice! Hast du das gesehen? Come back! Da bin ich wieder! Voll geil, ne? Geil, oder? Oh, ist das ja gemein, was du hier gemacht hast! Wie soll denn da rumkommen? Hilfe! Gar nicht! Das war der Sinn dahinter! Da bin ich wieder! Hallo! Oh, hallo! Hi! Was geht? Nicht mit mir! Oh Mist! Aua! Wie der mich in den Baumstamm geschleudert hat! Schön! Aber jetzt zeig ich die Überinnerung! Oh, nein! Warte! 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 Entspann dich einfach! Lass den Baum in dich einbringen! Genau so! Loll! Warte! Ich zeig dir jetzt wie man da hochkommt! Das ist ja nicht ganz easy! Ach stimmt! Ne, da kommst du nicht durch! Nein! Doch, doch! Ich... Ich seh dich noch niemals mehr! Ja, ich hab aufgeliebt! Warte, was fällt das nach oben? Das ist aber unfair! Oh! Nein, dich schon wieder! Nein! Ich war so gut! Guck mal, jetzt achte! Ah, könnte eng werden! Jetzt werden wir weggeblasen! Geht, 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 geht! Alles gut! Ah! Oh! Boah, der war knapp, Alter! Oh nein! Ja, du hast eh gewonnen, ne? Verdammt! Als ob du das jetzt schaffst! Ja! Hässlich! Und? Oh nein! Schade! Nicht komplett gewonnen! Aber egal! Ich bin das ultimative Hut! Ich würde sagen, wir machen noch einen! Das sieht gut aus, glaube ich! Also man muss es ja auch irgendwie schaffen, ne? So ist es ja nicht! Oh oh! Oh oh! Der war knapp! Spiel du dein! Ich hab's gar nicht abgestellt! Oh! Oh, lol! Das war neu! Ja! Damit hab ich jetzt nicht gerechnet! Ah! 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 Hallo! Lalalala! Oh, ich kann deppen! Oh! Das ist doch wohl ein Witz! Was war das denn? Keine Ahnung! Oh! Hat geleckt! Ja, ja! Genau! Hat geleckt! Deswegen wollten wir dann auch noch schicken, ne? Ja! Jetzt wird interessant! Okay, das ist ein bisschen lame! Nein! Er ist da! Meine Platz! Lol! Gar keine Platz! Oh! Gar keine Platz! Gar keine Platz! Oh! Peter, bist da wirklich dran? Ja! Klebezeug! Schlag ihn! Nicht mich! Oh! 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 Boah! Kennst du das, wenn du so panisch bist und in einer Richtung springst? Ja! Ja! Könnte genau passen jetzt! Ah! Warum rutsche ich denn da runter an diesem Ding? Ja, ich habe ihn nicht bewegt! Das zweite Mal jetzt schon! Wie bei der Arbeit früher! Tada! Jetzt ist geil! Jetzt ist geil! Jetzt ist geil! Okay, ich habe mehr erwartet! Oh! Ah! Mama, das war Karma! Und zack! Ne, da geht nicht drauf! Oh! 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 Und noch geschlagen! Oh! Oh! Hier! Aaah! Nicht mit mir! Ah! Säge! Hilfe, ich mach was, hier fällt es aber mal! Scheiße! Boah, du wurdest sogar noch getroffen! Der war cool! Was mache ich denn? Er kämpft da am Sporn, dieser Noob! Genau! Ich habe gar nicht gecampt! Oh! guck mal, cool. Kannst mich mal. So, der ist gut. Der war gut, der war gut, der war gut. Weiter hoch, weiter hoch. Na, da kommst du mir. Da geht er nicht. Hä? Was probierst du denn? Ah, ich wollte am Rand vorbei. Das wäre so gut gekommen. Hat eine, weil du da hast du nicht so. Und meine Treppe ist angegeben. Dann kannst du voll gut reisen. Ah. Oh. Die Tür war ewig einmal. Dann habe ich drauf. Ja, aber jetzt das Blade nicht. Nein. Warte. Nein. Oh, ich lebe noch, ich lebe noch, oder? Ja, da lebst du eigentlich noch. Mann, ey. Oh, oh. Boah, war der Knabalda. Ich war fast ermatscht worden. Jetzt muss ich wieder hoch. Ja, aha. Ja, ja. Oh, warte, warte. Jetzt aber. Jetzt und. Ah, Mann. Das war die falsche Richtung. Okay, warte mal. Ich mache jetzt mal. Ich fahre jetzt einfach mal durch. Alles cool. Pass auf. Ach, Mann. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da hoch? Oh, so schon mal nicht. Jetzt müssen wir warten, bis die Tür offen ist, um dann durchzujumpen. Das ist krass. Oh. Ah. Ah, fast. Voll ins Gesicht. Aber du hast gesehen, wie es geht, ne? Ja. Genau. Nein. Oh, der war knapp, Alter. Schmarr. Schmarr. Wir haben mal abgetrieben, wir die ganze Zeit. Ah, ah, ah. Ah, guck mal, der Spawn-Camper wieder. Jetzt, 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 bitte. Jetzt, 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 jetzt. Komm, komm. Komm, jetzt wieder da nach oben. Er ist nicht gehüpft? Ja, ja, genau. Er ist nicht gehüpft. Beste Controller gegen den, ne? Schon wieder nicht. Das, der Tour hat nicht funktioniert richtig. Ja. Oh, wow, was war das denn? Hallo. Ja, nicht schlecht. Drücken mal B. Spielst du mit einem Pad? Ja. Da sieht man. Ich bin auch nicht so auf die. Ich bin du. Ne, wiss er war nicht. Ne, den fahr ich auch nicht mit. Ich warte auf die coolsten. Los. Oh, wow. Ich war aber schon weit. Aber da waren wir da dieses Hektische. Ja. Come on. Wenn wir doch nicht so schaffen. Komm, drei Runden. Das heißt, ich muss jetzt dreimal durchgehen. Wenn ich das schaffe, will ich aber einen Daumen nach oben sehen. Papppah. Komm, hier, spring dran. Ich würde das so gerne schaffen. Dap, dap, dap. Können wir da kein Pvp anmachen in dem Spiel? Das wäre cool eigentlich, ne? Oh, warum war denn da noch so ein Rad? Der war gut. Der war gut. Hektisch jetzt. Hektisch, ja? Guck mal, mein Controller funktioniert nicht. Jetzt immer ein neues Bett geholt, nicht das alte. Das ist neu. Ja, genau. Das ist ganz neu. Jetzt gibt neu. Guck mal da oben, Alter. Guck mal da oben. Ist es drauf? Jetzt? Ich nehme den. Ich nehme den. Der ist cool. Okay, den nehme ich auch. Verarsch. Oh, boah. Der hat mich fast getroffen. Na, guck. Jetzt kommt der nicht mehr rum, ne? Ja, ja. Alles gut. Ne, 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 ne. Habst du. Hä? Was verlasst du denn? Die Säge haben mich gar nicht getroffen. Kann ich das mal in Zeitlupe sehen? Ja, wir sind irgendwie Noobs in dem Spiel. Ne, wir haben so schwere Sachen gebaut. Ich meine, alles kaputt. Ich will nur einmal ein Ziel. Ach, Mensch, ich wollte beide kaputt machen. Kann ich. Ja, komm, mach hin da. Jetzt springe ich genau da in die Mitte, Alter. Meine Münze. Fuck you. Wie machst du das? Tanzen. Oh, oh. Oh, jetzt hat er mal Balls. Balls, Balls, Balls. So. Huiuiui. Oh, er ist wieder nicht gedingst. Ja, genau. Ich weiß. Ist klar, Eiko. Ist klar. Da werde ich locker gewinnen können gerade. Ich habe immer... Zack. Nein. Jetzt schafft er das auch noch, ey. Ja, klar. Man. Wenigsten habe ich mit Ehre gewonnen noch. Kein Zurückdings. Ich hätte Underdog sein müssen, ne? Ja. Aber gut, das waren zwei völlige Fail Level von Castcraft und mir. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst die Bewertung da und wir gucken nächstes Mal, dass er vielleicht mit mehr spielen als mit zwei. Mathematisches Chicken Huhn. Gucken wir mal. Also haut rein, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.